ist was ich nicht echt vor mir geportet ist jetzt halt meine einzige Ansammlung das mach ich nicht nö die 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 Wisse dies, Titanenzerstörer, Elysion ist kein Paradies mehr. Ich sehe, dass große Helden ein zweites Mal sterben, aber niemals ein drittes Mal. Götter sollten gehen, bleiben aber. Götter, die sich einmischen sollten, sind fort. Die Lebenden müssen ihren Platz neben den Toten einnehmen. Rette die Toten vor dem Sterben. Komm zu Elysion. Komm bald. Komm jetzt. Komm. Ähm, zu Elysion werden wir auch noch vorstoßen. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, wie sie immer wieder. Gib dich zu Elysion. Oh, die Teile lässt sich raus. Nehmen wir da noch eine Brücke jetzt, weil es gibt eigentlich nur die Brücke, das ist hier nicht mehr. Gleich ist er hier gesplittet. Oh, das ist ein bisschen die Anfänger. Ich weiß nicht. Also, die sind auch alle passiv. Geh und geil kommen. Das ist ein bisschen die Schmerzen. Ah, da fängt die Sünfe. Ich mag die Sünfe. Oh, das ist ein bisschen. Noch ein Käschen, oder? Ja, man sieht das jetzt gleich. Das ist irgendwo in den Sümpfen. Weißt du, wo es ist? Ja, das war. Zeig dir. Du hast ne Höhle. Das ist Krabbe. Ja. Ich hatte Krabbe. Das war irgendwo ganz oben. Du hast Krabbe. Krabbe. Den 1. Die Treppe. Die Treppe war. Die Treppe war die. Untertitelung. BR 2018 ich weiß gar nicht was ich bin Ich hab noch eine Dingskiste. Ich bin nur Scheiße drin. Welche Kisten ist das neu? Die ersetzen übrigens die Königin Kisten hier. Wenn man besser war... Ich hab grad irgendwo Bus drin. Kann man ja auch Bus drin erleben. Zerstörte 7 Leben. Nein, 14 Geschicklichkeit hab ich auf meinem Leben. Auf nur 40 Prozent. Sag eins, wartenst du mal? Ich geh aus dem halben. Ich mach gar kein Monster. Sonst fährst du hier erst wieder an. Stimmt. Für mich ist das... Dich muss man eben nur warten. Nicht zu öffnen. Ähm... Warum nicht. Jetzt schon... Äh ja, diese Serie geht. Wie könnt ihr Öffnen sobald ihr die Gefängniswehr-Hausiegt habt. Oh warte, ich halt euch mal an. Das ist ganz wichtig. Ja, und es gibt die hier. Alles suo. Schööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööb- Was ist das? ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020